Seit 25 Jahren sind die bayerischen Kommunen jetzt in Brüssel tätig, um die Interessen der Gemeinden, der Landkreise und der Städte in Brüssel auf den Tisch zu legen. Und wir bedanken uns als Europapolitiker für diesen Einsatz, für diesen Fachzuruf, für das Know-how, das unsere Kommunen haben und auch für die Präsenz der gewählten Oberbürgermeister, Landräte und Bürgermeister. Es ist gut, dass sich die bayerischen Kommunen kümmern, gerade in einem Europa, das vor großen Weichenstellungen steht.